Hallo Leute, Willkommen auf meinem Kanal Konosch und Willkommen zu einem Abenteuer in Minecraft und zwar Herobriens Mansion von Hypixel. Ja, ich habe entdeckt, dass es Adventure Maps gibt und ja, das würde ich mal gerne versuchen halt. Ich habe schon ein bisschen getestet und es ist doch recht gut. Also unser Ziel ist es halt, wir müssen mehrere Bosse besiegen und am Ende gibt es einen Endgegner. Das wäre der FIFA, glaube ich. Aber naja, wir fangen einfach mal an und ihr werdet schon sehen. So, und ich werde wahrscheinlich auch mit den Shader spielen. Was bedeutet, ich hoffe es wird es nicht zu dunkel sein. So, wir sind jetzt hier. Unser Shader ist an und das ist der Ziel durchs... ja genau. So, also weil ich schon gespielt habe, ja, recht normal aus. Hey! Wie geht's, ja? So, das war der Tutorial, den wir leider machen müssen. Ähm, du hast feig, dank der Tutorial-Test, Pressbutton und ich bin ready. Ja, komm, komm. So, gleich besiegen. So, jetzt haben wir auch eine Diskette und zwar, wenn I kill a boss, it will drop the music disc that you need to use on the jukebox to deactivate boss abilities and open doors. Also ich bekomme es erst, wenn ich sie umbringe. Also wie soll ich ihre... also Fähigkeiten deaktivieren. Naja. Aber Tor eröffnen. Solche Arschwöde. Das war mein nächster Gedanke dabei. So, Ende des Tutorials. Da starten wir. So, Quest. Ich will nicht zu viel lesen, also. Ähm, Endgegner ist... Wither wahrscheinlich. I thought I cried. Ja. Also wir lesen wieder einfach nur stoppen. Ich bin drüber gebetet. Okay. Press again if you're ready for Reals. So. Ah, die Map muss noch laden, glaub ich. Boah, wie dunkel. Ähm, es werden eh lichter sein später. So, da mal des. Ähm, wo müsste ich jetzt hin? Ah, die Map muss noch laden, glaub ich. Okay. Die Map wird jetzt nicht zu Ende geladen. Am Anfang könnten die Mops noch, ähm, herum bagen, aber später wird's schon aufhören, glaube ich. So wie ich's gemerkt habe. So schäle wir an. Jetzt haben wir die Lampen. So. So wie es halt ist. Es ist sehr dunkel, aber... naja, sollte gehen. Wenn's extrem ist, dann werde ich schon einschalten. So. Test unser Haus. Victor Shop. Ah, die Wagen jetzt. Die Wagen kurz. Aber nur jetzt. Keine Sorge. Ähm, chill. Ähm, sehr. Sehr. So, jetzt geht's. Oh, wow, 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 wow Okay, das ist dann die Box, die sie dort haben. Ähm, hier. Ja, ihr könnt es schon sehen. Das sieht so geil aus, Leute. Mit dem Shader. Das ist aber Wahnsinn. So, das ist fast kaputt. Komm. So, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Ach komm. Aber geh mal noch ein bisschen rein. Hey, Victor, hey, hey, hey. Geht schon, mein Freund. So, hier. Ja, danke. Na, was habt ihr mit, ey? Und wir dealen. Also wir dealen. Unsere Wertgegenstände sind halt alles Mögliche. Also hier nur Nuggets. Und hier halt, ja, verrücktes Fleisch. Yo. Also ich kaufe jetzt mal Fleisch an. Und dann tun wir ein bisschen Farmen. Weil die Mobs lassen Dinge fallen und das kann alles Mögliche sein. Dann gehe ich halt gleich. Schaut es sich mal an. Schaut es sich mal an. Das ist Savaria. Warte. Wow. Okay, komm. Einfachst immer noch ein bisschen. Oh, shit. Ich habe 2. Okay. Ich habe 2. 2. Wow, ich werde 3. Komm. Ah, nein, nein. Debug, 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 deba, 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 deba. Okay, kommst mit. Kommst mit. Ich habe noch gar nichts. Ich bin sowas von einem Arsch. Ich lasse noch alles Mögliche also fallen. Rüstung, Waffen und halt dieses Fleisch. Okay, kommst. Nein. Oh. Überall treibt es. Eine Brackertoffel. Okay, das ist neu. So, kommt jetzt. Was gut ist. Kennt schon. Ah, da war ein. Da war, da war, da war ein Gewandschwert. Keine Sorge, die werden nicht umgebracht. Die können nicht umgebracht werden. Hoffe ich. Jepsepsä. So. Naja. Alle haben von Geschwär, also. Da. Ähm, Entschuldigung. Was macht's denn da? Auch gleich Rüstung. Neu, ich bin ein anderes Schwert. Gibt's Schuss. So, Schutz 1, Schutz 1. Explosionsschutz, brauche ich eigentlich nicht. Fleisch. Schärfe 2, Schärfe 2. Jo, oder was werde ich mich entscheiden? Und ja, mit dem Schäler kann man vielleicht nichts sehen, wie genau es kaputt ist manchmal. Also werde ich hin und her, manchmal hin und her schalten müssen. Ja. Für jetzt passt schon. Nun denn. Voran. Wir müssen mal vorangehen. Weg, 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 weg. Kartoffel. So, kommt's. Komm. Danke. Naja. Ich nehme mir vielleicht so einen Regenerationstrank. Sancte Regeneration. Okay. Okay. Wer gerade gemacht hat. Okay. Dann gehe ich auch gleich zu einem Ort, der ich am Anfang entdeckt habe. Aber ich bin noch nicht alles durchgegangen dort. Darum keine Sorge. Aber die habe ich mir gemerkt. Okay, jetzt ist es zu dunkel. Darum machen wir mal an. Das wäre dieser hier. Oh. 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 Okay. 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 So, dann gehen wir hier rein. Weil ich nur diesen Ort halt angesehen habe. Danke. Für die 1, ja. Jojo. Oh. Wow. Oh. Oh, danke. So. Ja. Ich sage euch, ab wann ich nicht mehr weiß, was passiert. Ah, shit. Komm, Alter. Ha? Bist festgegangen, ey? Wow. Wow, ich auch. Shit. Okay. Ähm. 1, 2. Oh, ja. Passt also. Ja. Dann gleich auch ein Tor öffnen. Hopp. Hopp. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du. So. Jetzt werden... Naja. Ich werde schon sehen. Plus. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Motikunnen. Mein Kripp. Titt. Okay, ich sollte mich vielleicht mehr konzentrieren, aber... Ja. Die Gegner sind noch leicht jetzt. Okay, jetzt sind sie draußen. Okay. Nein. 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 Warte. Nein. Hapsepse... Rippa-rippa-rippa. So, jetzt kommst du ja. War vielleicht nicht nötig? Komm, danke. So, du auch. Was haben wir denn? Nix. So, weiter. Hallo. Hallo. Noch was? Stärke 1. Okay, ich glaub, geht schon, ja? Jo, geht schon. Ähm, nun? Ah ja, hier. Hier hab ich mich erschreckt. Guck mal, was passiert? Nein, 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 nein. Okay. Schärfe 2, ist gut. Und auch neu. So, eins, naja. Haben wir schon. So, gleich hier. Nein. Trank der Herrlung. Jo, geht schon. Hallo, ich hab was gehört. Ähm, soll ich? Da gehen wir später hin. Okay. So, ähm, wo war's? Wo war das? Hier, glaub ich. Hier. Hey. 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 Okay. Ich diene in Ruinen, mein Meister. Schärfe 9,5. Ah, ist immer noch stärker. Ähm. Und jetzt gehen wir halt dort vorbei und ab da kehre ich mich nicht mehr raus. Ab hier dann. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Und jetzt den ersten Boss hab ich auch noch besiegt, also... Ab dann. Hallo. Ähm. Ich helfe jemanden. Äh. 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 So. Äh, wohin jetzt? Ich glaub dort ist der erste Boss. Naja. Wird schon. Hä. Wer ist da gefallen? Wow. Das ist nämlich ein Bogenmeister, weil der nervt mich sehr. Von vier Schüssen trifft er vielleicht einmal nicht. Aber vielleicht sogar noch seltener. Und der Schaden ist auch recht stark. So, gleich so. Ah, shit. Wir werden vielleicht auch verlieren. Weil, ähm. Wir spawnen wieder hier, aber... Naja. Warum weiss nicht. Wow. Danke. Wow. Wow. Ah, weg. Nein. Nein. Beschütz mich. Nein. Nein. Okay. Aber wir sind wieder hier und gucken, was passiert ist. Wow. Naja. Da können wir uns selber nachziehen, wie auf die gestorben bin. Ah, shit. Komm. Komm, freck. Was auch nicht. Nein. Au. Der ist übertrieben stark gemacht. So. Na, das ist ja. Na. 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 Nein! 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 Ach komm! Nein! Shit! Ich hab ihm nur ausgeholfen. Ah shit! Geh wieder ran! Komm jetzt! Au! Nein! Wow! Endlich! Tantrination! Weg! Wo ist er? Da! Passt! Oh! Ah! Seh ich ihn hier! Okay! Jetzt haben wir auch die... 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 wo ist die? Ach so! Hä? Weg! Und zwar die Schallplatte! Und wir gehen mal weiter! So, es gehört nicht liegen, schön, schon für Musikdesk jetzt!